So, wenn ich sie sehe, Sentin Ball 2. Hat schon nicht vorgestellt, glaube ich. So, geht los mit... Venom. Bei... Spider-Man. Spider-Man. Keiner so krabbeln wie ein Spinnenkrank. Bei, wie kann ich sie so oft beim Kreis嗎? Oder, wie kann ich sie so oft beim Kreis machen? Ich bin aber auch nicht einzyklus, der war dann. Da. Und da war ich der Ballinto. Ja, und ich glaube Venom, oder ich... Ich glaube, es ist jedenfalls不要. Ich sage du es nicht, wenn ich meine. Venom, es gibt einen Daemon. VENOM! VENOM! Dämon, 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 so, unser Automat, so, ja, so, ich würde mir zeigen, wie schick der ist, ich spiele durch damit, ist ja eh wieder Dämon-Version, Taka, da läuft, je nach 2 Minuten oder so, wie das aufhören, egal wie gut man ist, so, ich hätte halt noch dabei sein und laufen, so, ich hätte noch einen, eigentlich, hier ist gut, aber wenn ich auch keine Tore mache, ich mache schon einen eigenen Problem, so, so, so geht's, und das, ja, 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 die, 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 die ich habe, ja, die, die ich habe, ja, das ist ja, ja, super, wenn ich noch. Ja, schon Automat, Ich hab auch über andere Filme oder Demo-Versionen, richtige Versionen da. Wenn man es mit mehreren Spielen auf einmal kostet, dann kostet das immer so 10 Euro, 100 Euro. Wenn wir alle Spiele weghaben, hab ich schon mal gesagt, 3-400 Euro, wenn alle haben willst.